Ich begrüße euch im Namen der Sportwelt, ich bin der Aydin und werde euch heute ein kleines Workout geben. Das besteht hauptsächlich aus Tabatas. Wir fangen an mit einer Übung, die fast jeder von euch kennt. Wir sind an der Wand im 90 Grad Winkel. 90 Sekunden. Erstmal halten. Einfach zack. Erste Warm Up Übung. Schön 90 Grad halten. Okay. Nach 30 Sekunden etwa nehmen wir die Arme hoch und drehen die Fäuste. Jawoll. Führt noch mit zum Warm Up. Regnungswechsel. Schön feste, feste. Wir haben schon 45 Sekunden durchhalten. Ich hoffe, ihr habt alle schon vermisst, die, die mich kennen. Okay. Ab jetzt. Hier. Hände auf und zu. Die Fingerspitzen schauen an die Decke. Seiten zur Decke. Seht ihr mich? Ich hoffe, ihr habt eine Wand zu Hause. los. 15 Sekunden noch. 5, 4, 3, 2, 1. Perfekt. Zweite Übung. Ellbogen stützt. Hier, zack. Auch wieder 90 Sekunden. Okay. Und los geht's. Halten. Nehmt den Arsch nicht so weit hoch. Nehmt den runter. Perfekt. Wenn ihr keine Matte habt, könnt ihr auch gerne ein Handtuch drunter legen. Oder zwei. Damit es nicht so langweilig wird, fangen wir mal gleich an, die Hand hinter den Rücken zu legen. In 4, 3, 2, 1. Und los. So. Schultern parallel zum Boden lassen. Wir machen das nur 30 Sekunden. Was macht ihr so den letzten Tag daheim? Langweilig? Ständig. Komm. 5 Sekunden noch. Durchhalten. Und stopp. Nochmal 30 Sekunden halten. Komm. Final. 15 noch. Die letzte End. 5, 4, 3, 2, 1. Perfekt. Kommt hoch. So. Letzte Warm-Up-Übung. Ein bisschen dynamisch. Wir machen jeweils 8 Handel-Männer. Und wir Baby-Liege-Stütze. Augen, Knie. Andern runter. 4. Und wieder hoch. Okay. 5 Durchgänge. Und los geht's. 8, 7, 2, 1. Und runter wieder. Und ab. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und runter. 4, 3, 2, 1. Und runter. 4, 3, 2, 1. 2 durchgänge. 4, 3, 2, 1. Und runter. 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 Sind alle warm, die Reiz sind warm, erste Tabata, zwei Übungen, erste Übung, Oberkörper ist best, wir springen hier, ersten 20 Sekunden, die zweiten, Bergsteiger, entweder eingedreht oder die normalen, ja, also nicht den Nihon, verboten, nur zwei Übungen, ein Tabata, okay? Seid ihr soweit, es geht in 8 Sekunden los, 3, 2, 1, und los geht's, hopp! Ihr dürft ruhig Tampurin, ohne euch ist es blöd, aber das ziehen wir jetzt durch, okay? Perfekt! Wenn es zu einfach ist, darf gerne in den Pausen weiter trainieren, ich lasse mal bleiben und los geht's! Euer Tempo! Sehr gut! Also ich brauche die Pause, geht gleich weiter! und los geht's, hopp! also Tabata besteht aus 8 Durchgängen, ja, wer ist noch nicht weiß! Also Tabata besteht aus 8 Durchgängen, ja? Ihr kennt ja unsere Halle, die ist ein bisschen rutschig. Ich zeig euch gleich, was man dagegen macht, wenn man hier ist. Perfekt. Halbzeit. Verarsch. Und los geht's. Sehr schön. Mal, du hättest ihn. Oh, der ist ja holl ich. Sollte. Und du liebst den Dirk von dem Lohstein? Für mich ist es schon anstrengend für euch. Geht sehr gut. Die letzten zwei Mal. Und los geht's. Tempo. Ich hoffe, ihr schwitzt auch schon. Ich will, ihr schwitzt nicht. Dann macht ihr was falsch. Die letzten 20 Sekunden. Ihr dürft jetzt schon anfangen, ihr Streben. Aufgleich. Sehr gut. Trinkt uns was. Ich hole dir mal was zu trinken. Trinkt uns ab. Dann bin ich wieder. Das zweite der Badenag. Ich erkläre es euch gleich. Der Trainer ist schon kaputt. Die meisten von euch. Genau, die Übung. Erst besser. Alle Finger spitz drauf am Boden. Von der Seite. Mitten. Hoch runter. Ganz hoch kommen. Also nicht mehr so. Ganz hoch kommen. Erst Übung. Zweite Übung. Ich muss einmal von der Seite einmal von vorn. Hier. Knie Richtung Gesicht. Gesicht. Push to plank. Runter. Knie zum Gesicht. Knie zum Gesicht. Wieder hoch. Okay. Zweite Übung. Sind wir soweit? Jetzt muss ich mal aufhören. Geht gleich los. Zehn Sekunden. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und komm. Hier euer Tempo. Euer Tempo. Ihr könnt natürlich wie die Wahnsinnigen hochspringen. Oder ganz normal. Schön atmen. Und wieder einmal. Aufhören. So. Mal mal von vorn. Wie gesagt. Ihr dürft gerne weiter arbeiten. Die Kinderhäuser sind. Und los. Skiez. Knie. Hoch. Runter. Rechts. Links. Hoch. Runter. Links. Rechts. Und los. Hoch, runter, rechts, links, jawohl, perfekt, ich schwitze, rüberseite, almost, jetzt komm, mach's wieder von der Seite, Los geht's. Halbzeit. Oh Mann. Ihr macht's auch. So. Geht dann weiter runter. Nicht nachleißen. Das meiste Halbes ist anstrengender. Kenn ich. Viel anstrengender. Noch mal zum Vorspeln. Noch mal zum Vorspeln. Die letzten zwei Mal. Okay. Ich brauche mal eine Pause. Hier. Komm noch mal Tempo. Du wirst nur jeden zweiten Tag machen. Das reicht. Los. Letzte Übung. Oh Mann. Hinlegen wir jetzt. Los. 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 Okay. Noch mal kurze Trinkpause. Ganz bald geschafft. Noch eine gleiche Zellübung. Noch mal zwei Tabatas. Dann sind wir fertig. Gedenken heute nicht, dass es da ist. Könnt ihr alleine. Schau. Schau. Ihr habt ihr daheim ein Bier. Ich muss Wasser trinken. Toll. Die nächste Übung. Kein Tabata. Wir zählen. Zehn Liegestütze. Gerne auch auf dem Knie. Noch ein Glattmesser. Ihr könnt gerne die kompletten Glattmesser nehmen. Das kannst du besser machen. An dir. Oder. Wenn es das schön ist. Halbe Glattmesser. Okay. Das ist die Alternative. Bei den Liegestütze ganz normal. Hier. So. Oder. Gegen. Reduzieren wir mal eins. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Und so weiter. Liegestütze zuerst. Bleiben soweit. Rund nach Mitteleicht. Und ab. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Kommt nach oben. Klattmesser. Neun. Los. Neun. Acht. Kommt nach oben. Eins. Vier. Drei. Zwei. Eins. Perfekt. Acht. Liegestütze. Runder mit euch. Und ab. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ein. Macht kurz. Halt. 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 Und los. Sieben. Sechs. Vier. Drei. Zwei. Eins. Perfekt. Sechs. Liegestütze. Und ab. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Fünf. Nachmesser. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Fünf. 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 Und ab. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Drei. Und drei. Zwei. 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 Mit Ratschen, okay? Und ab. Eins. Zwei. Zwei. Einer. Und los. Und auf. Zwei. Zwei. Das trinken. Wir haben's gleich. So ihr Lieben, machen wir was einfaches, ganz schnell, den Bauch und eine Rückübung. Bauchübung, aus dem Schwebesitz, hier mit dem Oberkörper, einmal auf die einen Seite, 20 Sekunden, wenn es nicht geht, einfach nur leicht hochkommen, wenn es zu schwer ist. Zweite Übung, wir sind auf dem Bauch, wir machen es hoch, auseinander, zusammen und ab. Hoch, auseinander, zusammen und ab. Die beiden Übungen, ok? Geht los in 10 Sekunden. Dann sind wir fertig? Ja, start. Und los geht's. Hoch, hoch, hoch. Hoch. Perfekt, Kopf auf dem Bauch. Hoch, hoch, hoch. Alternative, falls sie aus dem Schwebesitz zu schwer ist. Was? Hier oben. Aber so weit es geht, hochziehen. 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 So weit es geht, das ist die Alternative. Ok? Andere Übung. Hoch, hoch. Ok? Noch 10 Sekunden. 2 Sekunden. 2 Sekunden. 1 Sekunden. Perfekt. Macht euch noch Spaß? Halbzeit. So, einmal so rum. Jetzt haben wir jetzt auch mal sehen. Und los, und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Ja, yamos. Die dürft ihr euch von allen Seiten sehen, haben sie schön. Sehr schön. Letzte Übung. Vamos. Dann gibt es noch weiter Bata, dann schließen wir es ab. Ihr könnt euch erinnern, die Alternative. Hoch. 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 So weit es geht. Einschränken und streiten. Okay? Uh. Wir sind gleich fertig. Eine Übung haben wir. Noch mal. Es gibt aber... Oh. Noch mal. Stimmt. Weiter. Lass mal wieder zurück hin. So. Ich kenne das auch aus meinen Kursen. Ich bin meiner Zeit immer voraus. So. Das letzte Tamata. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Erste Übung. Alternative Übung. Hier ganz normal. Hinschrank. Water. Eine Liebeschütze. Mit Tischtreten. Und ein Hoch. Aufstehen. Wenn das zu einfach ist, der darf gerne Turfies machen. Entweder so. Einfache Variante. Oder schwere. Okay. Das ist die eine Übung. Also entweder Instroms oder Burpees. Zweite Übung. Einbruchstück. Es gibt eine schwierige und einfache Variante. Die schwierige ist springen. Mit den Füßen auseinander springen. Die einfache. Einmal nur. Rein und raus. Okay. Rein und raus. Sucht es euch aus. So. Finale. Ich fange mal an mit Turfies. Ihr dürft gerne einen Instrom machen. Und los. Wenn ihr acht Stück schafft, seid ihr super. Und los. Wenn ihr acht Stück schafft, seid ihr super. sehr gut. Sehr gut. Ihr wisst, was du tunest. Jump. Oder Sau. Sehr gut. Ich mache jetzt mal den Instrom. Ja. Ihr dürft auch gerne Burpees machen. Wenn ich euch zu lahm bin, schneller machen. Ihr dürft auch auf die Ziele. Beidele gestützt sein. Also so. Das wäre aufgegangen. Sehr gut. Ich mache mal hier. Und los geht's. Ich mache mal die einfache Variante. Und los geht's. Nein. Die Halbzeit. Die Halbzeit. Oh. Ich mache nochmal ein paar Burpees. Jetzt wissen wir, dass wir was gemacht haben, wenn ihr nicht mögt. Weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Hopp, ich will was sehen. Du darfst jetzt auch mitmachen, ja genau. Perfekt. Letzten zwei. Innschwank oder Berpis. Kommt kaum mehr hoch. Macht euch immer noch Spaß, dann ist es sicher. Die letzten 20. Oder was? Alles geht mir jetzt. Kommt. Auf, auf. Ich zwinge mich auf. Komm. Kommt. Wir sind fertig. Schön, dass ihr dabei wart. Trainiert ein bisschen macht was für euch. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Gruß aus der Sportwelt. Bye, bye. Ciao. Jawoll. Boom.